Heute, heute, Kulmbach, die Nächste. Tag, Kulmbach die Vierte. Juhu! Und die ganz viele und heißen, die uns wieder auf den Zug packen, die zwei auf einem Bein. Wir können nur noch Englisch singen. Er ist auch. Das ist Stoff. Hallo, 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 everybody. Hallo, hallo, everybody. What's up in the house? We'd all like to be an international band. Yeah, okay, okay. Yeah, until tomorrow. Because I've got the X-Factor. You've got the X-Factor, we know about that. Oh, these are some pretty nice fans from us. Yeah, this is the Eagle. The Eagle man. I'm the Eagle woman. And so we just sing in English now. We thought about the German language is okay, but English is much better. So we say, it is the time. Oh, ho. Oder something like this. Yeah. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Yeah, 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 yeah. pile on down Store. Also sacrificing Ring. Scherhau, wenn du mal vorhörst bin, stehh auf, nach dem du unten fliegst, steh auf. Das war's für heute, wie du weißt, wie du weißt. Ich auch. Wollt ihr noch zwei Stücke hören? Wollt ihr noch drei Stücke hören? Hey Mann, alle hier. Ich will auch mit Bier. Ich bin schon auf der Seite. 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 Es ist alles gut. So kann man die Arme, den ich immer noch will. Wir sind schon auf der Seite. Wir können die Arme. Stell mir vor, ich bin es gerade. Dann denk ich an diese Insel Und mein Herz ist mir so schwer Ja Freunde, seit langem mal wieder aus dem Turbus der Totenherze Hier ist die Hölle los Die Höhle Wer war das dann? Dann sehen wir später wieder Bis dann!